So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Die wievielte Folge das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir sind in der 12. Saison. Das heißt, wir sind im Jahr 2028. Mal schauen. Ich hatte jetzt schon seit Längerem nicht mehr gespielt und... Was steht gerade an? Leipzig. Liga-Pokal, okay. Liga-Pokal, 16. Finale. Heute spielen wir gegen Rasenball-Sport Leipzig. Okay. Oh, die haben auch nur eine 3 Sterne, manche. Oh, die spielen mittlerweile in der 2. Liga, okay. Schauen wir mal. Ähm, Hackentrick. Der ist nicht gut im Schießen, okay. Kopfball. Einwurf. Oh. Rainer. Nee, komm, da nehmen wir Volkert rein. Also, ich gehe davon aus, dass der über Kopfball versucht, die Tore zu machen. Volkert rein. Ähm. Knoll. Ähm. Mach runde. Mach runde. Du gehst hier rüber. Mehlberg. Du gehst mal da hin. Ja, Knoll kann sich ausruhen. Rainer auch. Okay, wie sieht es denn aus im Tor? Keine. Fähigkeiten. 51. Ein Libero mit langem Pass. Ähm. Hackentrick. Nix. Äh. Okay. Ähm. Carlo. Gucken wir mal. Höpf nach. Mit ein Wurf. Okay, hab ich echt. Ach so. Okay. Stein. Peter Zolli. Hörst mir so eine Kretsche als Torwart. Äh. Als Stürmer echt lieber. Okay. Höpf nach Mittelstürmer. Komm, Carlo. Du gehst mal hier hin. Höpf nach. Du gehst für die Lele rein. 118,90. Okay. Schliegel. Adler. Helmer muss geschont werden. Aktuell, wie es ausschaut. Amstädter. Amstädter. Vremer. Hagenlocher. Sauer. Mit Kretsche. Okay, wir probieren es mal so. Bei Adler. Komm. Dann nehmen wir lieber Hagenlocher rein. Für Adler. Das Mittelfeld hier absolut nicht existent ist. Das ist echt der Wahnsinn. Na gut. Ich glaube, wir können so spielen. Zuschauen. Also gegen Leipzig müssten wir doch gewinnen. Die haben auch nur zwei Sterne. Ähnlich wie wir. Äh. Okay. Echt zaghaft, wie wir agieren. Okay, der ging mal ins Aus. Da wollte wohl niemand Kopfball machen. So. Oh Gott. Amstädter. Okay, das... Warum stellst du dich zum Gegner? Ähm. Was soll das? Ist sogar noch der Ball weg. Endlich geht mal einer nach vorn. Höppner. Kretsche. Sehr gut. Jetzt... Oh Gott. Amstädter ist schon platt. Auswechseln. Amstädter raus. Ähm. Sauer. Sauer für Amstädter rein. So. Sehr gut. Wir haben zumindest mal einen Ball und den im Strafraum. Elf Meter. Eins null. Okay, sehr schön. Ich würde vermuten, diesmal kommen wir im Liga-Pokal doch ein Stück weiter. Also, jetzt pass auf... Pass auf... Pass auf Schriegel. Oh Gott. Warum holt ihr euch nicht mehr einen Ball? 45. Kommt. Pfeift ab. Er geht auf. Wollt ihr mich verarschen? 1-1. Oh Gott. Hilfe. Was macht... Was macht die Mannschaft hier? Äh. Carlo. Höppner. Wir nehmen mal... Wir nehmen mal... Helmer rein. Ich stelle den vielleicht sogar hier drüben hin. Probieren wir es mal so. Wechseln wir einfach mal die Seiten. So, zurück, zweite Halbzeit. Okay, das war ja mal ein geiler Pass. Ich glaube, der hat ein bisschen unter den Ball getreten. Milberg fängt den Ball ab. So, jetzt aber bitte auf Helmer. Oh Gott. Leute. Äh, da löst sich meine Abwehr wieder auf. So, mal schauen, ob die von Maronen den Ball abnehmen können. Ja, scheiß Dreck. Oh nein, nein, nein. Ach gut. Glück gehabt. So, jetzt aber... Hm. Auf Helmer, bitte. Helmer, langer Pass, der dürfte keine Aktionspunkte kosten, so. Carlo. Eckball. 78. Minute. So, bitte, bitte, bitte. Wenn ich schon bitte sage. Carlo, sehr gut. Ach. Das war der falsche Mann. Carlo versucht es noch mal. Mist. 84. Minute. Ah, Carlo steht gut, aber Helmer ist halt hier hinten verloren. 33. Mist. Wir kommen nicht nach vorn. Langer Ball vielleicht auf Sauer. Ach, verflixt. Unentschieden. Schade. Ach. Unentschieden. Gut. Fortfahren. Hoffenheim. Oh Gott, 5 Sterne. Jetzt beginnt der Liga-Alltag wieder. 12 Spiele gemacht. Ah, Hoffenheim. Gegen den Tabellenführer. Jawohl, hier steht's. Platz 1. Gut. Krüger ist verletzt. Krüger ist verletzt. Ah, was haben sie denn? Tunneln. Kanonenschuss und Hackentrick. 152. 176. Mache ich ne Fresse. Okay, Millberg raus. Da haben wir das Knoll hin. Das ist auch nicht viel besser. Das ist auch nicht viel besser. Die können alle tunneln. Das ist auch nicht viel besser. Die können alle tunneln. Dann geht's hin mit der StК die Tür strecke deswe�ages. Kanonschüsse. Ehhh. Okay, also Carlo, du gehst schonmal raus. Stattdessen kommt die Lele rein. die lehle dann auf rechts und grätschern hat es nur ein verteidiger ok ok da sehe ich doch eigentlich meine chance schliegel ich glaube du musst mal hier rüber am städter wo ist schon betroffen hakenloch so Zurück Spiel Zuschauen Eieiei Tabellenführer Huuu, sehr gut Bremer Oioioi Bremer Ist nicht verletzt gut Die Lele zieht so halb nach innen Von Nascht Ähm, Scholl Und den Torhüter Jawoll, ja Sehr gut So, bitte nochmal Bremer Jawoll Wow 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 Foul Mal kurz schauen Rote Karte Drei Spiele gesperrt Die Lele zieht nach innen Von Nascht Scholl Und macht das zweite Tor So Okay Wie Geil läuft das denn So Hoffenheim Im dritten Anlauf Oh Die Lele ist echt schon Ein bisschen müde Ähm Carlo Wollen wir dich hier rüber nehmen Peter Zolli Peter Zolli Peter Zolli Peter Zolli Ne, komm, dann nehmen wir lieber Carlo rein Der geht aber Hier hin Häppner Schade Bremer diesmal daneben gesprungen Uh Oh Gott Jetzt versucht das über Hackentricks Nein Okay Wieso Irre, dass er es nicht probiert Haken und Locher wird wahrscheinlich direkt schießen Okay Eine Aktion, um den Ball zu holen Eine zum Schießen Jawoll 2-0 zur Halbzeitpause Also Da passiert nix mehr Aber wir sind noch mal dran Ok Gut Hatte ich jetzt nicht damit gerechnet Bremer Volkert Rainer Hm Hm Nee, alles gut Zurück 2-0 zur Halbzeit Hm, hm, hm Hm Also, wir haben den Ball Einen Schritt Und jetzt schießt du doch Carlo, oder? Hm, hm Kann der denn Kopf... Höppner kann Kopfball... Scheiße, stimmt ja Ja Ah, ja gut Ah, ja gut Ui, das war mal ein krasser Fehl... Wow, wow, wow Höppner wird... Höppner nicht verletzt... Auswechslung Die zweite rote Karte Wollt ihr mich ver... Ha Ha Okay Äh, was... Was wird das für ne... Freistoßvariante Warum... Höppner, Carlo... Hä Okay, das will mir nicht in den Kopf Was macht ihr da oben? Pause? 68. Minute Oh Gott Oh Gott Der Ball landet nochmal beim Gegner jetzt Oh Gott Elfmeter Ah 70. Minute Scheiße Leute, Leute, Leute Meine Fresse... Wenn wir das jetzt noch verlieren... Gut, Prämme... Prämme... Alles in Ordnung... Sauer kommt... Jetzt faul den bloß nicht weg... Danke... Meine Güte... So... Haufen wir heim nochmal... Erste Aktion... Zweite Aktion... Okay, wir haben gewonnen... Wir... Haben... Gewonnen... Gegen den Tabellenführer... Puh... Stürmer... Rief... Okay... Tilele... Schiegel... Bremer... Bremer war der Beste... Upgrade für Sauer... Sauer ist 20... Könnte... Krätschen... Krätschen... Noch... Machen... Wobei... Komm... Wir werden erst mal hier... So... Was noch... Was noch... Was noch... Hier war nichts weiter... Okay... Für das Spiel haben wir 76.000 bekommen... 135.000 noch... Weil wir gewonnen haben... 90... Rom... Punkte... Und... 235... Fans... Acht... Millionen... Da... Können wir uns ja... Vielleicht... Bald mal ein größeres Stadion leisten... Wir sind aktuell auf... Tabellenplatz 2 gestiegen... Tilele... Ist beim Torschützen bei... Helmer... Hat leider nicht... Gepunktet heute... Tauscher... Auf Platz 2... Einen Punkt bekommen... Und... Ich beende dann hier erst mal die Folge... Tschüss und Ciao... Bye Bye...